Hallo, unser heutiges Thema ist die Lorentzkraft. Du solltest dazu einige Gesetzmäßigkeiten der elektromagnetischen Induktion kennen, sowie etwas über bewegte Ladungen, Ströme und Magnetfelder wissen. Wir lernen heute etwas über die Lorentzkraft und ihre Eigenschaften, sowie einen Zusammenhang zwischen Induktion und Kraft auf Strom durchflossene Leiter im Magnetfeld und wie Drehspulinstrumente funktionieren. Wir betrachten das Leiterschaukel-Experiment. Eine Leiterschaukel hängt in einem Magnetfeld. Sie ist Teil eines Stromkreises. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und auf www.sofatutor.com Vielen Dank.